so vielleicht ein bisschen spät bin da kogne manu schön die heilung für die maids ja noch support noch kein der mit stil man braucht ja normaler war nach meiner heilung 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 ich mag bomben ja gib mir die bomben ich hasse es wenn man jetzt leicht feuchten arm hat und tisch kippsing bräuchte meine unterlagen wieder audi ist gerade in der waschmaschine weil ich schön den rest tröbele bier von mir darauf gekippt es geht zuerst den kuhn irgendwie wo ich jetzt mal wir sind alles geschehen wir brauchen zu machen aber ich kriege hat ja diesen eilen ob der bombe ist bei uns hatte Oh ja. In der Max-Range-Calculator, Alter. Oh je. Ich weiß, wenn sie davon 10% Schaden kriegen würde, das wäre mega witzig. Oh, ich heile euch wieder. Oh, hätte ich geflasht, wäre sie tot. Irgendwie war das ein bisschen zu riskant. Ja, da ulti ich nicht für einen Gegner. Lieber sein Ulti rausgehen. Lux kann ja auch noch ein bisschen was tun für ihr Geld. Oh, jetzt im Winkel weiter sitzen kann, muss man aus der D-Helft oder oben eingeschlagen. Oh, man. Noch nochmal. Stört ihn mehr als mich. Mit mal 8. Er kann mich ja gefühlt schon mit einer Ulti auffressen. Oder ich habe geholt, das kann nichts. Von beiden Teams kommt nichts. Mit hell. Reiner muss doch mal irgendeiner irgendwas machen in diesem Spiel. So viel Schaden, diese Tante. Alter. Wo ihr denkt, Alter, was machen die denn hier? Immer nach dem Jahrhundert mal wieder in Aram spielen, denn hat man so ein angenehmes Team. Und die Gegner haben aber auch ein sehr angenehmes Team für ihre Sache. Und die Gegner haben. Ich kann ja auch jetzt mitnehmen. Ich heile mich auf, wie so ein behinderter. Freunde, es ist verringert. Alter, war das gerade eine Six-Ultie? Out of nowhere für gar nichts? Lol. Alter, hier wird einfach nur mit Scheiße geworfen, den ganzen Tag. Nee, ich heile nur den ganzen Tag hoch. Ich hab die Träne gleich, wohlmann. Ich heile mich. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.